Das Thema dieser Ringvorlesung spricht von Kulturen der Humanität. Wohl auch, um zu verdeutlichen, dass es etwas Verbindendes quer durch alle verschiedenen Kulturen gibt, nämlich so etwas wie den Wert der Humanität, der Menschlichkeit oder doch zumindest die Sehnsucht danach, oder ich würde noch vorsichtiger formulieren, ein Gespür für Menschlichkeit, dass es das gibt. Dass ein solches Gespür für Menschlichkeit quer durch alle Kulturen da ist, ist freilich nur eine Behauptung, die durch das tägliche Morden und Siegen müssen, also durch das kontrafaktische Verhalten in allen Kulturen widerlegt zu werden scheint. Lässt sich das Gespür für Menschlichkeit wissenschaftlich belegen und Begründen ja vielleicht sogar empirisch nachweisen? Darum soll es heute gehen, denn Erich Fromm war ein überzeugter Humanist. Tatsächlich findet das Attribut humanistisch sich bei Fromm ganz häufig. Er spricht von humanistischer Ethik, von humanistischen Werten, Weltanschauung, von einer humanistischen Wissenschaft, Religion und so weiter. Er spricht immer oft dann von humanistisch, wenn er, wenn es ihm um eine Qualifizierung geht, wie Mensch und Gesellschaft gelingen können. Aber wie kommt Fromm dazu? Hierzu ist es hilfreich, wenigstens kurz seinen wissenschaftlichen Ansatz zu skizzieren, denn es ist gerade nicht so, dass der Autor von die Kunst des Liebens ein blauäugiger Humanitätsromantiker gewesen wäre. Zwei Fragen haben Fromm Zeitlebens beschäftigt. Die erste Frage war, warum handeln Menschen irrational? Warum handeln sie gegen ihre eigene Überzeugungen, gegenüber, gegen ihre eigenen Wertvorstellungen und vor allem gegen ihre eigenen Vorsätze? Warum zum Beispiel ist jemand grundlos aggressiv? Also ohne in einer Situation zu sein, sich bedroht zu fühlen und deshalb verteidigen zu müssen, was ja noch nachvollziehbar wäre. Obwohl man also den Eindruck hat, dass Menschen nur auf einen Anlass warten oder diesen vielleicht sogar provozieren, um dem eigenen Hass, der eigenen Aggression aus Druck zu verleihen. Warum handeln Menschen irrational? Oder um ein anderes Beispiel zu machen, warum wollen Menschen immer so sein, wie die anderen sind, ohne den Wunsch zu haben, ein eigenes Urteil zu haben oder eigene Ansprüche zu spüren und dann eben zum Beispiel einer Kriegspropaganda folgen und mit Begeisterung in den Krieg ziehen, wie dies Fromm als 14-Jähriger erlebt hat beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Warum handeln Menschen so irrational? Diese erste Frage, was Menschen irrational und dysfunktional denken, fühlen und handeln lässt, führte Fromm zu unbewussten und verdrängten inneren Antrieben, wie das die Psychoanalyse Sigmund Freud im Einzelnen aufzeigen konnte, wenn auch in einem Erklärungsschema, das Fromm dann später seinerseits abgelehnt hat. Aber die Zugänge zum Unbewussten, dass es so etwas gibt, wie verdrängtes, aus dem heraus Menschen irrational und dysfunktional sich verhalten, diese Erkenntnis hat ihm die Psychoanalyse geliefert und es war eben Fromms Anliegen, Zeitlebens, diese Fragen, was aus dem Unbewussten und verdrängten, einfließt in das Denken, Fühlen und Handeln der Menschen, diese Frage zu verfolgen. Die zweite Frage, die Fromm Zeitlebens beschäftigt hat, lautet, was lässt viele Menschen ähnlich denken, fühlen und handeln? Ich habe das hier ins Bild gebracht als Gruppenverhalten in Darstellung eines Schwarms von Fischen. Welche inneren Strebungen ermöglichen ein gleichförmiges Gruppenverhalten, selbst dann, wenn es irrational oder gar feindselig ist? Das war Fromms hochpolitische Frage, die er Zeitlebens zu beantworten suchte. Die Frage, was viele Menschen ähnlich denken, fühlen und handeln lässt, führte Fromm zu einer eigenen Verhaltenstheorie. Nämlich, dass das Verhalten des Menschen zwar weitgehend von innen gesteuert wird, dass diese Steuerung von innen aber nur teilweise durch angeborene Triebe, Instinkte oder Gene erfolgt, auch nicht wie Freud annahm durch Abkömmlinge der Sexualtriebe. Dass sie zum größten Teil jedoch durch erworbene neuronale oder psychische Strukturbildungen bestimmt werden. Diese entwickeln sich, diese inneren Strukturbildungen, oder man könnte auch von neuronalen Netzwerkbildungen, die mit den Emotionszentren verankert und verquickt sind, könnte man auch so oder von Gedächtnisarten sprechen mit der Neurobiologie. Das ist in der Sache nicht unbedingt etwas anderes, als was die Psychologie und die Psychoanalyse mit psychischen Strukturbildungen meint. Also es geht darum, man könnte, die Frage ist, wie lassen sich solche psychischen Strukturbildungen erklären und für Fromm sind das verinnerlichte Bindungs- und Beziehungserfahrungen, die im Laufe des Lebens auf weiten Strecken umweltabhängig gemacht werden, vor allem, wenn sie wiederholt gemacht werden, zu inneren Antrieben führen. Die dann dem Denken, Fühlen und Handeln, also dem Verhalten des Menschen, eine ganz bestimmte Intentionalität und Motiviertheit geben. Diese verinnerlichten Beziehungserfahrungen hat Fromm mit dem Konzept des Charakters zu fassen versucht, weil sie dem Verhalten etwas Konstantes und in sich Konsistentes geben. Also Menschen verhalten sich in ihrem Denken, Fühlen und Handeln ganz ähnlich, in einer ganz ähnlichen Motiviertheit und Bestimmtheit und darum eben der Charakterbegriff sehr geeignet ist. Hinsichtlich der Entstehung des Charakters unterscheidet dann Fromm zwei unterschiedliche neuronale Netzwerkbildungen oder psychische Strukturbildungen. Die einen ergeben sich aufgrund ganz persönlicher, individueller Umstände, die eben bestimmte Beziehungserfahrungen innerhalb einer Familie und positiven, negativen, wesentlichen Erfahrungen in den ersten Lebensjahren vor allem bestimmt sind, von dort her bestimmt sind. Also das, was Fromm dann als individuelle Charakterbildung zu fassen versucht. Und auf der anderen Seite können sie gesellschaftlicher Art sein, diese Beziehungserfahrungen, die sich aus den Erfordernissen des Wirtschaftens, der kulturellen und technischen Entwicklung und des gesellschaftlichen Zusammenlebens ergeben. Fromm hat das Sozialcharakter genannt. Nun, der entscheidende Punkt und Fromms geniale Idee ist aber folgendes, dass er sagt, in jedem Menschen ist auch die Gesellschaft mit ihren wirtschaftlichen und kulturellen Erfordernissen des Zusammenlebens repräsentiert in Antriebskräften, nämlich in dem, was Fromm den Sozialcharakter nennt, der den Einzelnen so denken, fühlen und handeln lässt, wie es für ein bestimmtes gesellschaftliches Zusammenleben notwendig ist. Soweit in aller Kürze zu Fromms wissenschaftlichem Ansatz, bei dem das Individuum als primär soziales Wesen gesehen wird und Fromm im Sozialcharakter jene psychische Strukturbildung erkannt hat, die vielen Menschen ähnlich denken, fühlen und handeln lässt. Dieses sozial-psychoanalytische Verständnis menschlichen Verhaltens gilt zunächst unabhängig davon, ob dieses Verhalten rational oder irrational ist, den Menschen und die Gesellschaft gelingen oder misslingen lässt, beziehungsweise eine Kultur der Humanität oder des mehr oder weniger Inhumanen die Folge ist. Um diese Frage zu beantworten, reflektiert Fromm die Entstehungssituation der Spezies Mensch, wobei auch Fromm klar ist, dass die Abgrenzung des Menschen vom Tier, nur vor allem durch die Erkenntnisse der Evolutionsbiologie und Evolutionsbiologie sehr viel differenzierter zu sehen ist, als das bisher getan wurde. Dennoch lassen sich durch die Gehirnentwicklung klar abgrenzbare Fähigkeiten und Defizite des Menschen im Vergleich etwa zu den Primaten ausmachen. Die Defizite sind vor allem in der reduzierten genetisch-instinktiven Determiniertheit des Verhaltens zu sehen. Die spezifisch menschlichen Fähigkeiten lassen sich in zwei besonders hervorstechenden Fähigkeiten des Menschen zusammenfassen. Nämlich zum einen sind sie darin zu sehen, dass der Mensch sich selbst zum Gegenstand der Erkenntnis machen kann. Also sich seiner selbst bewusst sein kann, das was wir Selbstreflexivität nennen. Zum anderen, dass er sich Wirklichkeit unabhängig von sinnlichen Reizen vorstellen kann, wodurch überhaupt erst so etwas wie Kultur möglich ist. Das ist ein Aspekt, der in der Regel gerade in der Philosophie und in der philosophischen Anthropologie viel zu wenig reflektiert wird und viel zu wenig Beachtung geschenkt wird. Und vor allem auch, dass diese vorgestellten Wirklichkeiten mit Affekten, zum Beispiel der Freude oder der Angst oder des Ekels und auch mit Gefühlen verbunden sein können, sodass es dann zu Leidenschaften kommt, also das was in der traditionellen Ethik die Tugenden und die Laster genannt werden, dass es zu solchen Leidenschaftlichkeiten kommt, die von äußeren und inneren Reizen unabhängig sind. Sondern nur entstehen, wenn sie eben Vorstellungen hier mit Affekten verquickt sind, die nur bei Menschen entstehen können und eben diesen vorgestellten Realitäten noch einmal eine ganz andere Qualität geben. Mindestens genauso wichtig ist es allerdings, die biologischen Defizite des Menschen ins Auge zu fassen. Die Reduktion der instinktiven Steuerung zwingt den Menschen nämlich, eigene Formen des Bezogenseins auf die Wirklichkeit zu entwickeln, sodass der Mensch von existenziellen Bedürfnissen nach Bezogenheit angetrieben wird. Das ist der entscheidende Unterschied zu der Freud'schen Theorie, dass Fromm sagt, nicht irgendwelche angeborenen Triebe, sondern die Notwendigkeit aufgrund der Instinktreduktion, eigene Formen der Bezogenheit auf die Wirklichkeit, auf andere Menschen, auf sich selbst entwickeln zu müssen. Fromm hat das im Einzelnen noch einmal genauer ausgedeutet und ausexpliziert, nämlich, dass der Mensch unbedingt, jeder Mensch muss auf die Wirklichkeit bezogen sein, wenn er nicht verrückt werden will. Er muss auf andere Menschen, er muss auf sich selbst bezogen sein, was nichts mit Narzissmus zu tun hat, sondern mit dem notwendigen Identitätserleben und was nun besonders eine Besonderheit des Frommschen Denkens und der Frommschen Anthropologie ist, nämlich, dass der Mensch auch ein Bezogenheitsbedürfnis hat, auf eine soziale Gruppe bezogen zu sein. Das heißt, sich immer auch einer sozialen Gruppe zugehörig fühlen muss. Er kann nicht anders, als sich einer sozialen Gruppe zugehörig, selbst wenn er sich da davon absondern wird, ist es eine Form der Befriedigung dieses Bedürfnisses. Und jeder Mensch braucht einen Rahmen der Orientierung, muss auf einen solchen weltanschaulichen oder religiösen Bezugsrahmen orientiert sein, und er braucht ein Objekt der Hingabe. Also das, was wir in der Regel mit der Sinnfrage des Menschen in Verbindung bringen. Alle psychischen Bedürfnisse nach Bezogenheit müssen, ähnlich wie die physischen Bedürfnisse, zu schlafen, zu trinken, zu essen, sie müssen befriedigt werden. Das ist der Unbeliebigkeitsaspekt der Spezies Mensch. Wird diese Möglichkeit der Befriedigung behindert, etwa durch Isolationshaft oder durch gesellschaftliche Ächtung, durch permanente Entwürdigung oder durch weltanschauliche oder religiöse Indoktrination und Gehirnwäsche, kommt es zu massiven psychischen Erkrankungen, wie etwa einer Paranoia, weshalb die Befriedigung dieser Bezogenheitsbedürfnisse für das psychische Überleben des Menschen eine Notwendigkeit darstellt. Die Art der Befriedigung dieser Art der Befriedigung sind allerdings kaum Grenzen gesetzt. Das wäre der Beliebigkeitsaspekt der Spezies Mensch. Zu allem ist der Mensch grundsätzlich fähig, auch darin unterscheidet er sich vom Tier. Ob ein Mensch liebende, kooperative, solidarische, prosozial Formen des Bezogenseins entwickelt oder rivalisierende, aggressive, feindselige, zerstörerische, gewalttätige Formen des Bezogenseins ausgebildet werden, die dann eben in habitualisierter Form als innere, individuelle oder soziale Charakterbildungen das Verhalten des Menschen steuern. Dies alles liegt in der Gestaltungsverantwortung des Menschen. Dies scheint mir ein wichtiger Teilaspekt jedes humanistischen Menschenbildes zu sein, das Fromm in einer doch sehr speziellen Weise ausentwickelt hat. Halten wir als Zwischenergebnis fest, was Menschen und Kulturen verbindet, sind in erster Linie die Fragen. Das heißt, sind die allen gemeinsamen Bedürfnisse nach Bezogenheit und sind eben nicht die Antworten, die in der historischen Entwicklung dann jeweils gefunden wurden. Darin unterscheiden sich die Kulturen sehr stark. Aber in den Fragen sind sie sich sehr verwandt, sind sie sich sehr ähnlich. Menschlich ist alles möglich, wenn auch nicht alles für den Menschen und das gesellschaftliche Miteinander gut ist. So, das provoziert erneut die Frage, wie lässt sich nun begründen, was gut für den Menschen und die Gesellschaft ist und was die Humanität einer Kultur auszeichnet. Wie kann man das begründen? Es gibt noch einen ganz anderen wichtigen Aspekt, der für Fromms Begründung des Humanismus von entscheidender Bedeutung ist. Nämlich vom Biologischen her hat der Mensch nach Fromm auch Anteil an der allem Leben eigenen Biophilen, wie er sagt, Dynamik. Das heißt, eine Dynamik, wo die angelegten Lebensmöglichkeiten auch entfaltet und zu Wachstum gebracht sein wollen. Diese biophile oder Fromm nennen sie auch produktive Wachstumstendenz, das menschlich Mögliche auch entwickeln zu wollen, gehört zumindest potenziell zur Natur des Menschen. Die Einschränkung potenziell trägt dem Rechnung, dass es beim Menschen wegen der neuen Gestaltungsmöglichkeiten eben keine zwingende, naturale Wachstumsdynamik gibt, sehr wohl aber eine primäre Tendenz zu kreativem Wachstum, also zu dem, was Fromm Biophilie nennt, dass es sehr wohl das gibt. Fromm vertritt deshalb einen normativen Humanismus, bei dem der Mensch von Natur aus potenziell gut ist und also die Natur des Menschen eben nicht primär destruktiv böse ist. Hier wird meiner Ansicht nach auch das jüdische Menschenbild deutlich von dem Fromm geprägt ist und das in einem scharfen Widerspruch zum christlichen und vor allem hier zum augustinischen und von dort her zum reformatorischen Menschenbild steht. Woher kommt aber dann das Destruktive? Nun, die Plastizität des menschlichen Gehirns ermöglicht auch Befriedigungsweisen des Bedürfnisses nach Bezogenheit, die die primäre Wachstumstendenz behindern oder gar vereiteln. Wird die primäre Wachstumstendenz behindert, dann entsteht gehemmtes Wachstum, kommt es zu Blockaden, zu Fixierungen und zu Regressionen in der Entwicklung. Es kann aber sogar auch vereitelt werden, also blockiert, verunmöglicht werden, zum Beispiel durch Wehrlos machen oder durch vernichtende Urteile, permanente vernichtende Urteile oder durch andauernde soziale Ächtung. Dann entstehen sekundär Gewalt und zerstörerische Aggressivität und Destruktivität, wie das Fromm in dem Buch Anatomie der menschlichen Destruktivität 1973 veröffentlicht, sehr ausführlich zur Darstellung bringt. Die Annahme einer primären Wachstumstendenz, also das, was Fromm produktive Orientierung nennt, die es bei Menschen zu beobachten gilt, die hat weitreichende Konsequenzen, von denen ich nur einige wenige hier kurz erwähnen will. Nämlich schon angedeutet, dass der Mensch eben nicht zwingend, dass diese biophile Wachstumstendenz bei Menschen nicht natural zwingend ist, aber eine angeborene Möglichkeit, primäre Möglichkeit darstellt. Sie bedeutet eben deshalb kein Naturalismus, auch kein Essentialismus, aber umgekehrt auch keinen Relativismus, denn es ist tatsächlich so, wenn man die vorhin genannten Bedürfnisse nach Bezogenheit verunmöglicht zu befriedigen, oder wenn man diese Wachstumstendenz zu vereiteln versucht, kommt es zu Reaktionen, die gegen den Menschen und die Kultur gerichtet sind. Es gehört dazu, oder mit dieser Annahme einer primären Wachstumstendenz ist gegeben, dass das Werte, die Ethik notwendig zu Menschen gehört und dass die Wertfreiheit der Wissenschaft eben durch eine Wertreflexion ersetzt werden sollte. Und natürlich ist es eine ganz spannende Frage, was das, was Hans Kümm und seine Schülerinnen und Schüler als Weltethos-Idee in den Religionen zur Entdeckung gebracht haben, was das mit der biophilen Wachstumstendenz zu tun hat und mit dem, was ich eingangs ein Gespür für Humanität genannt habe. Ein solcher Zusammenhang wird noch deutlicher, wenn wir danach fragen, welche Evidenzen es denn nach Fromm für eine solche biophile Wachstumstendenz überhaupt gibt. Nun, eine erste Evidenz für die biophile Wachstumstendenz ist die körperliche Entwicklung. Mit jeder Entwicklungsstufe kommt es zu neuen Fähigkeiten, körperlichen Eigenkräften, die den Menschen von Bezugspersonen unabhängiger machen. Diese Eigenkräfte werden nur ausgebildet, wenn sie allerdings praktiziert werden und sie atrophieren, wenn sie nicht geübt oder durch Krankheit oder Unfall gar blockiert sind. Eine zweite Evidenz für eine biophile Wachstumstendenz ist nach Fromm die kognitive und die emotionale, also die geistig-psychische oder mentale Entwicklung, die allerdings sehr viel stärker als die körperliche Entwicklung von den Bezugspersonen abhängig ist. Auch diese Entwicklung kennt markante Schritte, von denen hier nur beispielhaft ein paar genannt seien. Nämlich die Fähigkeit, Bezugspersonen und sich selbst nicht mehr nur als entweder befriedigend oder versagend, entweder gut oder böse wahrnehmen zu müssen, sondern eben als sowohl als auch. Das heißt, negative Aspekte müssen dann nicht mehr abgespalten werden und auf andere projiziert werden. Das nennen wir psychologisch die Fähigkeit zur Ambivalenz, die ein ganz zentraler Schritt ist, der immer wieder verloren geht, der sich dann eben auch zeigt, in einem starken Spaltungsbedürfnis, einem starken Bedürfnis in Schwarz-Weiß zu denken, zu projizieren und Feindbilder zu entwickeln. Eine weitere Fähigkeit ist die Fähigkeit, Vorstellungen, Fantasien, Wunschvorstellungen, Wunschbilder klar von dem, was Realität, was gegeben ist, was in Anführungsstrich objektives Gegebensein darstellt, klar unterscheiden zu können. Also was wir psychologisch als Realitätskontrolle oder Wirklichkeitssinn begreifen. Eine weitere Fähigkeit ist sich selbst in seiner auch ambivalenten Emotionalität wahrnehmen zu können. Das Kind kann dann zum Beispiel wahrnehmen und auch mitteilen, dass es jetzt wütig wird und lebt eben nicht nur einfach seine Wut aus. Das ist die Fähigkeit zur Affektkontrolle, die, wie wir alle wissen, auch bei erwachsenen Menschen immer wieder verloren geht oder überhaupt nie wirklich richtig entwickelt ist. Aber das sind Indikatoren für eine nicht gelungene Wachstumstendenz. Schließlich ein letzter Punkt, der hier aus den unendlich vielen, die man nennen könnte, aber den ich hier noch erwähnen möchte, ist, dass erst mit der Pubertät der Mensch entwickelt, verstärkt die Fähigkeit entwickelt, zwischen gesellschaftlich beziehungsweise familiär vermittelten Werten und Vorstellungen und eigenständigen Wertvorstellungen unterscheiden zu können. Und erst dann kann man in Wirklichkeit auch von einem sozialen Identitäts- und Selbstwerterleben sprechen. Ähnlich wie bei den körperlichen und sensorischen Entwicklungen des Menschen lässt sich also auch bei der kognitiven und emotionalen Entwicklung eine intrinsische, biophile Wachstumsdynamik beobachten, das den Menschen Mögliche auch tatsächlich zur Entfaltung bringen zu wollen, die, wenn sie nicht behindert oder gar vereitelt wird, zu einem Optimum an Humanität führt. Beide Entwicklungen lassen sich als Evidenzen für eine primäre biophile Wachstumstendenz begreifen, die nach Erich Fromm den Humanismus begründet und auch dafür spricht, dass Kulturen eine primäre Tendenz zur Humanität haben. Fassen wir zusammen. Alle genannten Fähigkeiten sind Indikatoren für eine biophile, also menschlich produktive Wachstumstendenz und durchaus auch operationalisierbar. In welchem Ausmaß wir es mit Humanismus und einer Kultur der Humanität tatsächlich zu tun haben, lässt sich zum Beispiel an der Frage der Menge praktizierter und der Qualität praktizierter Feindbilder oder an der Fähigkeit zur Selbstkritik oder an der Ambivalenzfähigkeit der betroffenen Menschen oder auch Organisationen messen. Alle genannten Fähigkeiten sind kognitive, imaginative und emotionale Eigenkräfte, die den Menschen von Bezugspersonen unabhängiger machen und das Erleben von Autonomie und Freiheit ermöglichen. Deshalb lässt sich das, was Humanismus und Kultur der Humanität meint, auch von der faktisch gelebten Autonomie und Freiheit herbestimmen. Und schließlich alle Fähigkeiten müssen praktiziert und geübt werden, sonst verkümmern sie oder gehen gar verloren. Eine Kultur der Humanität lässt sich deshalb auch daran erkennen, ob sie die kognitiven und emotionalen Eigenkräfte stärkt oder die Tendenz verfolgt, Menschen in eine Animationsabhängigkeit zu bringen, wie das gerade in unserer Zeit mehr und mehr der Fall ist. Lässt sich Humanität wissenschaftlich begründen? Immerhin, Fromm hat einen ernstzunehmenden Versuch gemacht. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Untertitelung des ZDF, 2020